kann ich nicht haben durfte aber ich frage mich echt warum er denn wieder zurückgekommen ist für uns weil um voll wenn die labern verstehe ich die irgendwie kaum kann man das im neuen stellen mein Prozent und ist er jetzt genau wo ihr seid was macht er denn damit sparen du kommst oder die Warte die Ziele aber schlauze in den Sprenger macht durch Junge wir sind immer gerade sehr angemacht ja, spieler, wie gesagt, spieler ich bin gerade unter dem, äh ich spreche mal nicht war drei bei und jetzt hier? ich glaub, jetzt hier ob wir jetzt runter L4 drücken können äh, lass mal zum Krankenhaus irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das ist, doch da hinten lauf einfach rechts ah, da ist er wieder wo, wo, wo wo, hat er dich? wo denn also mich hat er nicht seien der dir her hey, kommt mit der her, ja ich glaub wir haben neues und so, ne ja der muss bald stehen nein Lowe auf, weil ich bin bei Dallmann nein nein denn ich bin nicht, die kinder es ist net den den die das sind die 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 bei ihm in der abgab und auch noch ihr und wenn wenn er das trinkt überrascht wurden dann endet er so wie du er ist von Bühne oder auch ja ich kann heute Abend nicht mehr in Ruhe schlafen Alter und und wenn er nicht er hat jetzt eine Flasche Alkohol getrunken und die auch und drei ein und mein Gott guck mal ob du noch alten Apfel oder sowas findest warum bist du so böse zu denen, Alter? Kann ich mir auch in den Schuh schießen Ne, der wär ich noch so freundlicher und dann würde ich ihn sogar noch verbinden, Alter Da, er nimmt die Schaufel! Ne, damit kann er doch nicht zuschlagen, oder was? Doch, das ist ne Waffe Ne, das tut doch aber nicht weh Ich komm doch wieder, ne? Nö Also hier unten liegt sowas, ja Hol die mal hoch und dann... Ja, ich hol die mal einen hoch Aber meine Frau mit Schwimmel, sie sieht viel besser aus als das andere Du, der Typ will abhauen What? Da, 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 da Dann musst du mal den Apfel in dein Inventar übernehmen und dann in die Hand nehmen und dann steht da force to eat Nö, ich, ja, hast du, das kannst du machen Aber sicher, dass er das getrunken hat, weil bei mir stand da gleich, ich bin vergiftet oder irgendwie sowas Da stand gleich so ne Geldmeldung Nö Oder hat er das in sein Inventar? Oh nein, ich hab ihm von meiner guten Alkoholtinktur gegeben Aha Da, da, da Da, da, da Da, 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 da la, da Dysm, 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 dym, d Geschmack Mum, dysm, dym, 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 dym. Lappen Hä, ho, lass die die da noch Ich hau, lass die da perdschen Lass die Information Hier, hör ihre alte G革 so ich glaube wir locken uns dann auch mal lieber aus oder warum was will er denn mit seiner schaufel oder kommen die anderen jetzt nicht mehr zocken oder was ist ne ohne geht jetzt ausschlafen und da wird es auch aus ja ich habe ihn gefunden guck mal er blutet oder weiß ich nicht sind die flecken von ihm ja blieb aber sie bleiben aber aber moment moment mal so kann ich doch hier kein verarzt junger alter wenn er weg läuft ihre sterben bei der Alkohol und der heute schon fast oder und in der Gemeinde er ist so alt er ist ich will sich aber auch nicht mehr so wollen und und ich mache und man läuft doch nicht weg kommt um die Laufe zu hohen bald die Warte ich will noch wie es ging der Lernier von L hier ein bisschen das was ich lange brauchen für euch das ist ein Jungen Warn Scheiße Herr von Neussel Wolltang aber er wird ihn verabschieden können die Nürnberg und wieder zurückkommen in den Prozess und machen sie werden und kommen wieder zurück die Niederlage laufen jetzt im Wald und so aus wahrscheinlich war ja man ist die Kassel auf Wuhl guckte sogar um den Prozent in Toni und warum geht meiner und läuft einer nicht mehr er hat er nur weiß nicht was zu getan hat ich auch nicht herum meine geht jetzt nur noch doch und auch umsetzen werden ja und in derzeit und bereutliche Zeit offizielle es ist aber auch ab und die Gürtel oder Prozent und das ist doch hier wir mussten du darfst dich anregieren ich doch gar nicht oder und dann musst du wieder die rechte Maustaste einmal kurz drücken war Leertaste drücken immerhin auch nicht immer drücken die Leertaste gehen also lauf vorwärts und drück einmal rechts kurz die Maustaste besucht das mal ein paar mal hintereinander irgendwann müsstest du wieder laufen können oder mit Umschalt ja ja mit Umschalt jetzt bleibt er auch stehen der Typ ja jetzt hat er genug von uns naja kommt hinterher ach so umschalt hätte ich zweimal drücken müssen hinternommen das ist so geil mit der Welt ich bin warum kommt das nicht Was ist denn hinterher, Alter? Ja, gut, Marc. Hast du noch Munitionen für den Revolver? Hm, negative. Ich hab nur für meine Mosin. Wir werden ihn jetzt hier im Wald exekutieren. Nein, das ist... Nö, nö, dann logge ich mich gleich aus, Alter. Der kriegt jetzt einen Schuss und hinterher kommt nur den Revolver. Nö, nö. Das ist kurz und schmerzlos. Nö, ich hab ihm meine Bandage gegeben, weil ich kooperativ bin, weißt du? Ja, dann soll er dir die Feuer zurückgeben, oder so. Nö. Das ist voll böse, Alter. Nö. Das geht mir einfach klar. Nö. Ich glaub mir hier sowieso denn... Äh, wo sind wir denn hier jetzt? Oh... Wir sind jetzt in... Perizzino? Perizzino? Perizzino, ja. Wo sind wir denn? In Perizzino, ne? Äh, irgendeiner hat hier grad Auer gesagt. Warst du das, Toni? Nö. Äh, oder war meiner das? Was? Oder war er das da oben? Sieht ihr uns nicht? Das ist doch scheiße. Wieso? Das ist doch nicht flüssig. Findet ihr euch nicht, oder was? Ah, ganz toll, Toni, Alter. Was denn? Ja, ich wollte schon sagen, er hat uns gesehen, Alter. Äh... Was hab ich denn gemacht? Ja, du hast grade wrong geschrieben und nur die, äh, umliegenden. Also... Wo ist er denn? Ist er jetzt weg? Ne, er ist... Er hat sich ausgelockt. Ja, äh, ja, ja, er müsste sich ausgelockt haben jetzt. Also, er ist nicht mal da. Ja, oder? Da bist du? Ich bin hier noch bei dir. Ule, kommst du jetzt noch mal rein? Ne. Ule hat sich ausgelockt. Ja. Ja.